Friedrichshain-Kreuzberg ist mehr als ein Ort. Friedrichshain-Kreuzberg ist, wenn du anpackst und durchziehst. Für deine Werte einstehen. Aufeinander aufpassen. Friedrichshain-Kreuzberg ist, wenn du einfach machst. Wenn deine Kinder mehr Sprachen sprechen als du. Freiräume entdecken. Und grüne Oasen schaffen. Für uns ist Friedrichshain-Kreuzberg, nicht wegzuwollen. Ich weiß gar nicht, wie laut wir schreien sollten. Kreuzberg ist kein Kaufhaus. Friedrichshain-Kreuzberg ist, in hier und jetzt zu leben. Und an die Zukunft glauben. Und für sie zu kämpfen. Friedrichshain-Kreuzberg ist mehr als ein Ort. Für uns ist Friedrichshain-Kreuzberg... Damit das so bleibt und damit es weitergeht, dafür brauchen wir dich. Am 26.09. fünf Stimmen grün, denn hier geht's weiter.